Ich bin 24 Jahre alt, ich will irgendwann mal Kinder haben, ich will eine Familie haben, ich will eine Zukunft haben und ich will eine Zukunft haben für meine Kinder und für die Kinder von meinen Kindern. Es ist einfach voll schwer, dass du als Jugendlicher eine Arbeitsstelle findest. Ich bin halt einfach der Meinung, dass es viel zu viele Jugendliche gibt, die einfach arbeitslos sind und aber genau so eine Hilfe brauchten und die wir aber nicht kriegen. Das ist eigentlich schon recht frustrierend, ja. Angst habe ich vor dem eigentlich, dass du in deiner eigenen Heimat nicht mehr sicher bist oder dass es irgendwelche Streitigkeiten gibt oder das heißt, wir dürfen nicht mehr Bikinis anziehen oder wir dürfen sie nicht mehr so gleiten. Und habe eigentlich Angst, wenn ich mir das so vorstelle, wie irgendwann mal die Zukunft werden wird. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt einen Bundespräsidenten, der was wirklich zu uns hilft. Also der Norbert Hofer steht für das, dass er sich eben für die Österreicher und für die Österreicherinnen einsetzt, dass er wirklich für das kämpft und dass er wirklich das tut, was er sagt. Ja, ich würde sagen, er ist halt einfach ein Mensch und ja, er setzt sich halt wirklich für die Heimat ein. Und diesmal bin ich ein Hofer. Sei auch du ein Hofer. Jetzt mitmachen und ein Wochenende in der Heimat Österreich gewinnen. Mehr Infos unter www.ibinerhofer.at 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 jurispr Contact